Musik Königspinguine sind die imposantesten Bewohner Südgeorgiens. Im Frühjahr sammeln sie sich in den Buchten der Insel. Musik Meist kommen die Männchen zuerst an und suchen ihre angestammten Brutplätze. Musik Für die Nahrungssuche müssen sie zurück ins Wasser. Das machen sie in Gruppen, um Fressfeinden besser zu entwischen. Musik 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 Musik